Okay, Stempel sind gratis, weil dann keine Ahnung was mehr jetzt benutzt. Schnapp, Naht, Gebirge. Gratis. Ich weiß nicht. Ich lass es erst mal. Doch, für mich ist es das Beste, wenn ich das unterfallen kann. Vielleicht ist es ja jetzt immer noch gratis. Vielleicht aber auch nicht. Dann nicht. Vielleicht ist es ja jetzt manuell neu. Kann sein. Weiß man nicht. Weiß ja nicht, was Nintendo da programmiert hat. Auf einmal ist der Endboss von Manuel Neun. Ist das jetzt noch gratis? Warte. Nein, jetzt nicht mehr. Okay, war nur für das eine. Okay, nein. Ah, Marcel, wieder der Nubi. Oh, ich bin ein Profi. Nubi, Nubi, Nubi. Du kannst jetzt runterfallen. Du bist Nubi. Du kannst runterfallen, aber ich nicht. Ja, weil du ihn gekauft hast. Könnte jetzt mal bitte wieder aufgehen. Wir wollen da hoch. Nubi. Was ist denn das für ein hässlicher Fägel? Stimmt, ist da oben was. Aber was soll's. Nö, da ist nichts. Das Leben. Ich bin in der Rakete auf den Kopf gesprungen. Nö, nö. Genau. Du kannst nicht runterfallen. Mach mal. Du kannst nur sterben. Na, was machst du jetzt? Na, was machst du jetzt? Guck mal, guck mal, was er jetzt macht. Was ist das? Komm schon. Der kann mich nicht abschießen. Der kann mich nicht abschießen. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Oh, du hast mir jetzt die ganze Gesicht geschmissen. Na hoch, hier hoch. Da. Oh nein. Was ist denn da? Da gibt's noch nix. doch aber mal die plattform so jetzt können wir weiter kannst du die plattform immer pausieren sind zu viele faktoren die ich berücksichtigen muss das kann ich einfach nicht nicht mit meinem gesicht nicht mit meinem gesicht die hat sich gedreht seitwahlflugwolli Dumphammerbooster gut zu wissen dass wir da hoch müssen ich wollte den da treffen weißt du das ding hier steht hinter mir das ist doch unfair das ist eine Röhre das ist eine Röhre ich glaube du hast sie nicht gesehen das ist eine Röhre das hast du trotzdem nicht gesehen nicht? ne hast du wirklich nicht was ist das? ein Freizeitlevel? gucken wie wir uns jetzt verwandeln warum nicht mal ein Panzer oder so oh ich hab wieder so ein Regenbogen Yoshimon digitiert zu Schermi Yoshimon was ist so ein Ding? ja aber haha das Spiel ist zu langsam merk ich was ist jetzt los ich komm nicht hin du darfst der Zeit Rafa was ist denn das warum ist denn das was ist denn das für eine Steuerung? wenn du drückst gehst du auch hoch ne ja ich weiß wie man hoch geht ich weiß auch wie man hier als gegen die Leute gegen hätten wir zurückgehen müssen nein egal kommst du jetzt mal hoch? ne ich komm nicht mehr hoch wir haben nur noch 1 Sekunden Kevin was machst du denn? ich werd weggedrückt ich kann dafür nix wir waren genau dazwischen wir waren genau dazwischen wir waren genau dazwischen ich wurde da zurückgedrückt ich kann dafür nix ich hab da nix für gekonnt der hat mich da zurückgedrückt ich konnte da nichts gegen machen du machst den oberen und ich martini ja ok bääääääs bääääämns bäääams bääääääs ils nehmen ich keine Zeit mehr deswegen geht ihr oben wieder auf ons geht oben wieder auf jetzt geht die wieder auf wir müssen das ein bisschen teilen jetzt wir brauchen jetzt erst mal ein paar drei stück wären gut am besten mache ich es weil ich kann es schneller ja ich kann nicht einsammeln jetzt habe ich die wolle so jetzt teilen wir das mal also die wir mit einsammeln wenn du jetzt vor mir stehst Aua 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 wir müssen noch erst darüber Er erfindet solche Spiele wollen so ein Kinderspielen schafft ja nicht immer so eine manche Erwachsene mit Ultrakrassen reflexen wir haben es Teil 1 von was weiß ich ich komme erst mal ein Safe Point kann mir erst mal wieder schaden ja Pause hin ja hin ja hin ja shakai ja shakai das habe ich hinein das habe ich hinein da haben wir es bestimmt noch kommt mal da hoch na klar hat es hat es alles da habe ich noch eine Röhre da habe ich noch eine Röhre da habe ich noch eine Röhre nein nein pfff ernsthaft ernsthaft die haben wir da unten gedrückt okay du hast die Bombe Bomben Abwurf geschossen da kommt nix durch. Aua, nur ganz schwer kommt da was durch. Wenigstens haben wir genug Wolle. Ja. Warte, warte, warte. Ich will nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Du musst genau drunter stehen. Aua. Siehst du, du bist nicht gestorben. Nur noch zwei Herzen. Aber du bist trotzdem nicht gestorben. Nur noch zwei Herzen. Ja ist egal, du bist nicht gestorben. Essen da hin. Wenn du jetzt stirbst. Was mache ich denn jetzt mit dir? Lass mich raus, einfach da vorne. Gerade raus, genau. Hinter dir. Siehst du, hat doch funktioniert. Ja klar, jetzt machen die mir keinen Damage. Jetzt gehen die einfach kaputt. Nee, nur weil da oben noch auf die drauf gesprungen ist. Ich bin tot. Achtung. Komm schon. Lass da oben. Das Spiel wird nicht so hektisch, ehrlich gesagt. Aua. Das war okay. Uiuiui. Wetterbogen. Guck mal, es ist. Ja, das war Absicht. Natürlich war es Absicht. Ich habe mal ein Gefolge gesehen, dass ich dagegen gelaufen bin, wo ich vorher noch versucht habe, die ganze Zeit auszuweichen. Na, 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 na. So, weiter geht's. Erstmal den Knopf kaputt machen, den man sinnlos drauf umdrückt. Brauchen wir da noch mehr oder einer Reiß? Ich weiß nicht wohin. Wo machen wir die hin? Ja, ich will den kaputt machen. Nicht mal wohin. Ich muss da weg. Oh, Mann. Wie sollen wir da durchkommen? Da ist ein Pfeil, dass man nach da gehen soll. Oh. Kann ich hoch. Kann ich einfach nicht hochkommen. Super Secret. Untergefallen. Ist da noch irgendwas? Da ist nichts zu holen. Okay, dann können wir ja weiter. Komm, Plattform. Ich hab die ersten beiden nicht. Oh. Oh Gott, das leid. Da hast du das gesehen, ne? Ist aber, glaube ich, nichts, oder? Nein. Dann, das leid. Dann, das leid. Danke. Gernkern Na Komm ja das kommt von oben runter wenn sie noch keine zählen Komm schon! Na komm raus, komm! Danke, so! Warte mal! Na, weg, weg, weg! Den sind doch hier gebraucht. Geht, ein bisschen Glück. Das ist ja wieder. Jetzt da oben. Du musst werfen, ich hab nix. Ich hab auch nix mehr. Na, die Plattform wird die Plattform geklappt. Jetzt geht die Plattform weg. Ach, das ist so ein Scheiß mit diesen Plattformen. Ja, man muss timen, sonst, man muss es gleichzeitig machen. Ja, das ist... Quatsch. So, also nochmal. Toll. Und nochmal. Warum wirft der Typ denn das auch gegen mich? Versteh ich nicht. Also, du hier hin. Da ist scheiße, aber... Jetzt schieß ich wieder gegen dich. Und du kommst auch her. Geh da einfach weiter! Mann. Gott. No, ich muss nur wieder warten. Hier. So. Und da ist es relativ zu Ende. Ja, immer so schwer. Ja, immer so schwer. Ja, immer so schwer. Finde ich. Achso, auf die Dinge muss man... Okay. Da war das Letzte. Okay. Den haben wir schon alle anderen übersehen. Ich weiß, aber da weiß man wenigstens, wo das Letzte ist. Das ist so. Man sieht es immer am Ende dann erst, wo es ist. Okay, zweiter Level auch beendet.